Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wir fahren heute fort, liebe Geschwister, mit unserer wunderschönen Unterrichtsreihe, die wir seit neuestem begonnen haben. Und heute ist eigentlich der erste richtige Unterricht. Also an diejenigen, die bis jetzt noch nicht mitgeschaltet waren, ihr habt noch nichts verpasst. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir werden inshallah ta'ala über Al-Adab, Al-Islamiyah sprechen, über das Islamische benehmen. Und das Buch, welches wir behandeln werden, ist im Großen und Ganzen, ich sage immer im Großen und Ganzen, es gibt kein Buch, was vollkommen ist. Deswegen muss man manchmal durch andere Bücher etwas ergänzen, was nicht bedeutet, dass das Buch schlecht ist. Aber wie gesagt, es gibt kein Buch, was vollständig ist, außer dem Koran Al-Karim. Möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala unsere Herzen an dem Koran hängen. Und dieses Buch ist von einem ägyptischen Gelehrten, einem edlen Gelehrten, möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala ihn reichlich belohnen. Er hat das in Kapitel untergliedert, dieses Buch. Und heute, inshallah ta'ala, fangen wir an mit dem, womit ein Diener Allahs beginnt, mit dem Aufstehen. Das heißt, das Benehmen beim Aufstehen. Das Benehmen beim Aufstehen. Und zu der Methodik, liebe Geschwister, von dieser Unterrichtsreihe. Wir werden, inshallah ta'ala, uns nur auf die authentischen Ahadith stützen. So heißt auch das Buch, Sahih al-Adab al-Islamiyya. Weil der Autor sich nur auf die Sahih-Hadith gestützt hat. Und der großartige Hadith-Gelehrte, von dem wir, inshallah ta'ala, die Klassifizierung nehmen werden, ist Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. Ein jeder von der Sunnah liebt ihn. Und ein jeder, der die Sunnah hasst, hasst ihn. Möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala diese Leute recht leiten, die ihn hassen. Wenn sie wüssten, dass er ihnen die Türen zur Sunnah geöffnet hat. Und kein anderer Gelehrte hat die sechs Bücher klassifiziert als Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, ein anerkannter Gelehrter. Und da braucht man nicht die Aussagen von einigen nichts nutzen, die der Ummah nur schaden und keinen Nutzen bringen. Deswegen, liebe Geschwister, wenn ihr auch immer seht, dass über Sheikh al-Albani schlecht geredet wird, das ist so. Das gab es damals schon, dass über die Gelehrten schlecht geredet wurde. Und bis zu dieser heutigen Zeit wird es das immer geben. Aber Alhamdulillah, der Name von Sheikh al-Albani wird erwähnt. Aber der Name von diesen Nichtsnutzen, die über ihn schlecht sprechen, keiner erwähnt, dieser Name. Möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala uns bewahren und uns auf einem geraden Weg befestigen. Ich habe im Übrigen schon darüber gesprochen, warum die Überlieferungen von Sheikh al-Albani vertrauenswürdig sind. Wer dieses, Inshallah Ta'ala, nachhören möchte, der kann bei YouTube unseren Namen eingeben und Sheikh al-Albani-Klassifizierung, dann hat er Inshallah Ta'ala eine Antwort dazu. Wir begrüßen euch und möchten mit euch Inshallah Ta'ala diese wunderschöne Unterrichtsreihe durchführen. Und diese Unterrichtsreihe braucht etwas Geduld von uns. Aber ich möchte, dass ihr mir eine Sache versprecht, liebe Geschwister, weil es hier um die Hadith geht vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Und wir werden ein Hadith nach dem anderen durcharbeiten, so dürft ihr nicht geizig sein und nicht vergessen, immer die Salawat auf ihn zu sprechen, sallallahu alaihi wa sallam. Denn in einer authentischen Überlieferung bei An-Nasai heißt es, derjenige, so sagte Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, wer die Salawat auf mich spricht, so wird Allah ihn zehnmal segnen. So wird Allah ihn zehnmal segnen. Ist das alles? Höre zu. Und Allah, sallallahu wa ta'ala, wird ihn zehn Sünden löschen, für einmal Salawat sprechen. Was denkst du, wenn du die zehnmal sprichst bei jeder Sitzung und ich verspreche euch, es sind mehr als zehnmal. Also werden uns heute, inshallah ta'ala, hunderte von Sünden gelöscht werden. Und nicht nur das. Und am Ende sagt der Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, und ihm werden zehn Paradiesstufen angerechnet. Er wird um zehn Paradiesstufen erhöht. Was will man mehr? Und dieses alles nur wegen unserem Lieblingen Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir werden, inshallah ta'ala, uns die Zeit nehmen bei diesen Ahadith und ich versuche sie so gut wie möglich wiederzugeben. Aber Abu al-Bara ist leider sehr faul, das solltet ihr wissen. Ich gehöre leider nicht zu der Sorte von Menschen, die alles direkt übersetzen und das in Schriftform und so weiter und so fort, weil mir leider die Zeit dazu fehlt. Deswegen versuchen wir uns mit dem zu begnügen, was da ist. Aber wir werden das hinbekommen, inshallah ta'ala. Manchmal treffe ich nicht immer das richtige Wort, weil wie gesagt, ich setze mich nicht vorher hin und übersetze die Hadithe, sondern vielmehr mache ich das alles aus dem Kopf. Und ich versuche auch, das sage ich auch von vornherein, wenn jemand jetzt mich dabei ertappt, dass ich ein Wort nicht wortwörtlich übersetzt habe, dann hat das einen Grund, weil manchmal der Tafsir etwas anderes hergibt als die wortwörtliche Übersetzung. Als die wortwörtliche Übersetzung. Weil wenn man das mit Erklärung übersetzt, dann ist das für den Zuhörer verständlich. Wenn man das aber leider wortwörtlich übersetzt, wie das oft gemacht wird, dann versteht der Leser gar nichts. Möge Allah uns Verständnis geben. Das Benehmen beim Aufstehen. Und zwar Zikrullah. Das Gedenken Allahs beim Aufstehen. So heißt es in einer Überlieferung. Für Sahihain. Und Sahihain, wenn wir über Sahihain sprechen, liebe Geschwister, dann sind das die zwei authentischsten Bücher nach dem Koran al-Karim. Du weißt, welche sie sind. Einmal Sahih al-Bukhari. Und dann das Werk von seinem Schüler, Sahih Muslim. Das sind die authentischsten Werke. Und die Ummah, das heißt die muslimischen Gelehrten, ist hier mit Ummah gemeint, sie befinden alle darin überein. Sie stimmen alle darin überein, dass diese authentischsten Werke nach dem Koran, dass sie komplett Sahih sind. Und Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Natürlich gab es einige Anmerkungen von einigen Hadithgelehrten, darauf wollen wir nicht eingehen. Aber im Allgemeinen sind sie beide Sahih, das heißt beide authentisch. Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. So heißt es für Sahihain an Hudayfaqa radiyallahu anhu arda. Hudayfa radiyallahu anhu. Er berichtete, Er überliefert Hudayfa radiyallahu anhu. Wenn der Gesandte sallallahu alayhi wasallam in der Nacht schlief oder sich zum Schlafen hingelegt hat, So hat er seine Hand unter seiner Wange getan. In der Position. So hat er seine Hand unter seiner Wange getan. Thumma yakul. Daraufhin sagte er, Allahumma bismika amutu wa ahya. O Allah, in deinem Namen sterbe ich und lebe ich. In deinem Namen sterbe ich und lebe ich. Und ich möchte kurz voraus etwas sagen, liebe Geschwister, wir werden uns die gesamte Zeit mit Tauhid beschäftigen. Denn das ist das Schönste für einen Muslim, dass er weiß, wie seine Beziehung zu seinem Herrn ist. Subhanahu wa ta'ala. Viele Leute fragen uns, wie kann man ein Mughlis werden? Einer, der Aufrichtigkeit hat. So sagen wir ihm, indem du diese Afkar, diese Gedenksprüche sagst. Du bist hier unter dem Schatten Allahs azza wa jal. Allah sieht dich, Allah hört dich und so verbesserst du deine Beziehung, wenn du die gesamte Zeit die Afkar gegenüber Allahs azza wa jal sagst. Und du bekundest damit, dass du ein armer, schwacher, hilfloser Diener bist, der Allah subhanahu wa ta'ala braucht. Er sagte, im Schlaf, während er sallallahu alaihi wa sallam dabei war zu schlafen, er sagte, oh Allah, in deinem Namen sterbe ich und lebe ich. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, weil wir wollen nicht über heute das Benehmen beim Schlafen, darüber werden wir auch noch reden. Weil das ist derselbe Hadith, wenn er aufgestanden ist, so sagte er, Alles Lob gebührt Allah, der uns zum Leben erweckt hat, nachdem er uns vorher sterben ließ. Und zu ihm ist die Rückkehr, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir werden, und hier sehen wir das in dem Hadith ganz klar, wir werden zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die besten Gedenksprüche durch die Zunge des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beide gebracht. Höre, alles Lob gebührt Allah, der uns sterben gelassen hat, der uns lebendig gemacht hat, nachdem er uns sterben gelassen hat. Und zu ihm ist die Versammlung. Das ist der Hadith, den wir brauchen, liebe Geschwister. Und At-Tirmidhi, Rahimullah ta'ala, er fügte noch etwas hinzu. Und wenn ich bin, dann bin ich, dann bin ich, der Alhamdulillahi, der mich verabschiedet hat, der mich in meinem Körper gesund gelassen hat. Und er hat mir meine Seele zurückgebracht und er hat mir erlaubt, seiner zu gedenken. Allahu Akbar. Alhamdulillah, er bedankt sich und das ist die Weise von einem Diener, dass er sich bedankt. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er unsere Seele nimmt, dann entscheidet er subhanahu wa ta'ala und er hat schon alles bestimmt, ob er uns diese Seele zurückgibt oder nicht, liebe Geschwister. Ob er uns diese Seele zurückgibt. Wie es in einer authentischen Überlieferung von Jabir ibn Abdullah heißt, diese Überlieferung ist in Al-Ausat und bei Abu Na'in verzeichnet in Al-Huliyah. So sagte der Prophet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, annaumu achul maut. Der Schlaf ist der Bruder des Todes. Der Schlaf ist der Bruder des Todes. Und die Paradiesbewohner, sie schlafen nicht, weil es im Paradies nur ein einziges Ziel für die Paradiesbewohner gibt, dass sie sich amüsieren und genießen. Sie haben keine Zeit zum Schlafen. Deswegen dieser Hadith, er beweist uns klar, dass der Schlaf der Bruder vom Tod ist. Wenn wir schlafen, so hat Allah azawajal unsere Seele genommen. Subhanallah. Unsere Seele ist weg, ja, bis auf einen seidenen Faden. Unsere Seele hängt an einem seidenen Faden. Deswegen seht ihr, wenn manche Leute sterben, zum Beispiel während sie schlafen, möge Allah azawajal uns allen ein gutes Ende geben. Dann kann es passieren, dass Allah azawajal jemanden die Seele im Schlaf nimmt. Aber Abu al-Bara, du sagst doch, unsere Seele hängt an einem seidenen Faden. Aber wenn der Todesengel kommt, dann nimmt er doch gänzlich die Seele. Richtig. Sie hängt aber noch am seidenen Faden. Seidenen Faden ist jetzt metaphorisch gemeint. Das bedeutet, dass sie da ist. Und so kann der Todesengel sie auch nehmen. Das bedeutet, unsere Seele, sie verschwindet nicht. Sie geht nicht aus dem Körper heraus, während wir schlafen, sondern sie bleibt noch am Rande dran. Und so kann der Todesengel diese Seele nehmen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dieses für uns bestimmt hat. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala er nimmt die Seelen zur Zeit ihres Sterbens. Zur Zeit ihres Sterbens. Und das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala uns hier im Koran genannt hat, dass unsere Seelen während des Schlafes mehr oder weniger von Allah subhanahu wa ta'ala weggenommen werden. Nochmal. Diese Seele hängt aber an einem seidenen Faden. Die nächste Überlieferung, liebe Geschwister, bedeutet der nächste Adab, die nächste Benimmregel. So heißt es an Abi Hurayrata radiallahu anhu wa adha und die Überlieferung ist bei Imam Muslim. Wenn einer von euch aufwacht, soll er seine Hände erst in das Gefäß hereintun. Wenn er sie dreimal gewaschen hat. Warum? Die Erklärung ist hier im Hadith gegeben. Denn er weiß nicht, wo seine Hände über Nacht waren. Allah subhanahu wa ta'ala was für eine reine Religion. Was meint dieser Hadith, Abul Bar? Stell dir vor, einer schläft und er kratzt sich. Und meistens kratzt man sich mit den Fingernägeln. Stellt euch vor, man hat irgendeine Hautkrankheit, man hat irgendeinen Schmutz am Körper oder sonstiges. Wenn man das kratzt, dann natürlich verbleibt der Schmutz unter den Fingernägeln und ist auch auf den Fingern drauf. Wenn du dann am Morgen aufstehst, du weißt nicht, wo deine Hand übernachtet hat. Es kann sein, dass man unreine Stellen angefasst hat. Wie auch immer, du weißt es nicht, insofern, wenn du morgens aufstehst, dann gehörst du nicht zu denjenigen, die gleich in die Dattelschale reinfassen und essen, sondern du wächst erstmal dreimal deine Hände. Das ist die Sunna von unserem geliebten Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wenn man aufsteht, wäscht man seine Hände dreimal. Diese Dinge sind alles Sunna. Und die Gelehrten, beziehungsweise die meisten Gelehrten, stimmen darin überein, dass diese gesamten Benimmregeln beliebt sind, nicht Pflicht. Aber, liebe Geschwister, wozu hat Allah diesen großartigen Gesandten entsandt? Damit wir ihn nachmachen. Und je mehr du dich an der Sunna festhältst, umso mehr kannst du darauf hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen großartigen Propheten für dich die Shafa'ah machen lässt. Das heißt, dass er ein gutes Wort für dich einlegt. Die nächste Überlieferung, die ist bezeichnet bei al-Bukhari und bei Imam Muslim. So heißt es, der Wortlaut ist von Imam Muslim, liebe Geschwister. Von Imam al-Bukhari, Affan. So heißt es, Und jetzt erfahren wir etwas über Ilmul Ghayb, über das verborgene Wissen, was wir natürlich nicht wissen können. Wenn einer von euch aus dem Schlaf erwacht, so soll er die Gebetswaschung vollziehen. Und dann soll er sich dreimal Wasser in die Nase einführen und ausschnauben oder ausblasen. Denn der Schaitan verbringt die Nacht praktisch auf seiner Nase. Der Schaitan verbringt die Nacht auf seiner Nase. Das bedeutet, deswegen schnaubt er seine Nase aus, um dieses wieder zu korrigieren. Der Schaitan verbringt dort die Nacht, wie Allah Ta'ala, A'la wa'ala. Und das ist das Schöne bei Ahl-Sunnah wal-Jamaah. Wenn sie einen Beweistext haben, dann unterwirft sich der Verstand. Es gibt Leute, die leider die Akida von Ahl-Sunnah wal-Jamaah nicht kennengelernt haben. Sie sagen dir, aber wie soll das gehen? Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Und Allah ist in der Lage, alles zu machen. Das Verwunderliche ist, wir sehen im Universum diese ganzen Wunder. Ja, wie soll das gehen, dass ein Mond sich von alleine bewegt? Wie soll das gehen, dass die Sonne sich von alleine bewegt? Du redest über Schaitan und eine Nase und hast etwas ganz Größeres vergessen. Wer bewegt das ganze Universum? Hast du darüber einmal nachgedacht? Aber Schaitan ist immer derjenige, mit dem man sich gerne beschäftigt. Und man verliert wirklich auch durch Schaitan den Blick vor, man verliert auch durch Schaitan das Wunder, was man vor seinen eigenen Augen sieht. Daher, das wurde uns überliefert. Dass der Schaitan auf der Nase übernachtet, liebe Geschwister. Eine nächste Überlieferung, so heißt es, und das ist eine weitere Benimmregel. Und die Überlieferung ist bei Al-Bukhari und bei Imam Muslim. Wenn der Gesandte, so berichtet Hudaifah, aufstand, das heißt in der Nacht, aufstand, so benutzte er den Siwak. Indem er sich seinen Mund damit reinigte. So benutzte er den Siwak, indem er seinen Mund damit reinigte. Subhanallah, diese Reinheit der Religion. Liebe Geschwister, ein Muslim kümmert sich um die Sauberkeit. Und ein Muslim kümmert sich auch darum, dass er unter den Menschen nicht unangenehm riecht. Und daher sollte man versuchen, diese Reinheit, diese äußerliche Reinheit, natürlich genauso zu bewahren wie die innere Reinheit. Die innere Reinheit ist natürlich noch einen Ticken wichtiger. Aber auch die äußere Reinheit sollte zur Geltung kommen bei einem Muslim, dass wir sehen, ein Muslim ist schön. Ein Muslim ist gepflegt. Ein Muslim erlebt auch die Schönheit. Und diese Schönheit macht den Muslim auch noch schöner. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Daher, der Prophet, was hat er gemacht? In der Nacht hat er den Siwak benutzt. Im Übrigen, schon bevor er schlafen gegangen ist. Wenn du auch deinen Mund ausspülst, mit Zahnpasta durchspülst, wenn du deine Zähne putzt, das ist alles schön. Vor dem Schlafen gehen. Aber auch, als er aufgestanden ist, hat er das gemacht. Warum? Damit er den Geruch des Mundes ändert. Damit er den Geruch des Mundes ändert. Abul Barah, ich habe nicht immer ein Siwak dabei. Ich mache das mit der Zahnbürste. Hauptsache, du riechst gut. Hauptsache, du riechst gut. So war der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, dass er das gemacht hat. Und höre diese wunderschöne Überlieferung bei Al-Nasai. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte über den Siwak, Der Siwak ist eine Reinigung für den Mund und stellt seinen Herrn Allah zufrieden. Allahu Akbar. Du machst Allah zufrieden, indem du den Siwak benutzt. Oder etwas, was deine Zähne säubert. Richtig. Du machst Allah, azzawajal, damit zufrieden. Und hier siehst du, mit wie wenig man Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden macht. Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr aller Welten. Du kannst ihn mit so einer Handlung zufrieden machen. Subhanahu wa ta'ala. Daher versuche, deine Zähne, deinen Mund zu säubern, auf das du auch angenehm riechst. Und dann, liebe Geschwister, haben wir eine weitere Benimmregel. Und zwar ist die Beliefung bei El-Bukhari, an Abu Hurayrata, radiyallahu anhu wa arda, anna Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam, qal. Der Gesandte, wie Abu Hurayrata, radiyallahu anhu, berichtete, sagt, sallallahu alaihi wa sallam, yakidu, qafiyata, rassi, ahadikum, thalatha, ruckad. Yadribu, ma kana, kulli, ruckadu, jalaik lielun, towilun, farquud. Fain istayqaza, fathakar Allah, ta'ala, inhalat, ruckadu, fain tawadu, inhalat, ruckadu, fain sallat, inhalat, ruckadu, fa'asbahana shiitan tayyiban nafs, wa illa asbahha khabithan nafs kasslan. Wenn einer von euch schläft, sagt Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, ebenfalls jetzt verborgenes Wissen, bindet der Schaitan über seinen Nacken drei Knoten. Drei Knoten. Das passiert jede Nacht. Und wenn er diese gebunden hat, schließt er das mit den Worten ab, ab, wer ist Schaitan? Er sagt zu demjenigen, von dem er, er sagt zu demjenigen, dessen Knoten er am Nacken bindet, dir steht eine lange Nacht bevor, so schlafe tief, versinke im Schlaf. Wenn er aber aufsteht, der Diener, und Allahs gedenkt, so löst sich ein Knoten. Und wenn er sich für das Gebet wäscht, so löst sich ein Knoten. Und wenn er betet, so löst sich noch ein Knoten. Morgens fühlt er sich voller Kraft und glückselig, andernfalls fühlt er sich niedergeschlagen, schlecht und faul. Das ist der Hadith. Wunderschöner Hadith, der uns beweist, dass Schaitan ein Ado von uns ist. Er will, dass wir die Nacht schlafen. Schaut mal, was sagt er? Dir steht eine lange Nacht bevor, so versinke im Schlaf. Und Wallahi, wir sehen das. Wer auch immer wir sind, wenn wir auch jeden Tag zum Fajr aufstehen, jede Nacht kommt Schaitan zu uns und versucht uns von diesem Fajr-Gebet abzuhalten. Was ist sein Erfolg dabei? Sein Erfolg dabei ist, weil er weiß, dieses Gebet, das Fajr-Gebet, kann nicht von den Heuchlern gebetet werden. Dieses Fajr-Gebet ist eine Sache, wenn du es betest, das Fajr-Gebet, so stehst du unter dem Schutz Allahs. Schaitan will das nicht. Schaitan mag das nicht. Und wenn du zum Fajr-Gebet gehst in die Moschee, und das ist im Dunkeln, so ist diese Dunkelheit für dich jaumul qiyama licht und vor allen Dingen auf der Sirat-Brücke, oh Dina Allahs. Schaitan will das alles nicht. Er will, dass du schläfst, faul bist und deswegen macht er folgendes, er beschäftigt dich nachts mit irgendwelchen Dingen. Nur damit du dein Gebet verschläfst. Subhanallah. Manchmal sogar auch mit der Religion. Du liest zum Beispiel, wie hießen die Frauen des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Schönes Thema. Aber Schaitan hat was anderes vor. Er will dich lange, lange lesen lassen, bis ungefähr um zwei Uhr. Dann sollst du müde werden, so dass du um drei Uhr dreißig gar nicht zum Fajr aufstehst. Was haben dir jetzt die Namen der Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewitzt? So macht Schaitan das. Und er lässt dich im Schlaf versinken, indem er dich abends schwer essen lässt und die Nacht lange verbringen lässt. Bitte, ich meine nicht diejenigen, die, wenn sie auch etwas zu tun haben, auch zum Fajr aufstehen. Die meine ich nicht. Es gibt Leute, selbst wenn sie eine Stunde schlafen, eineinhalb Stunden schlafen, sie stehen wie eine Eins auf zum Fajr. Möge Allah uns zu ihnen gehören lassen. Aber es gibt Leute, die sind anders. Und das ist die Masse. Das heißt, diese Leute stehen dann nicht zum Fajr-Gebet auf, weil sie für sich einen zu geringen Schlaf hatten. Was heißt zu geringen Schlaf? Weniger als 15 Stunden. Problematisch. Problematisch, liebe Geschwister. Und subhanallah, was macht Schaitan? Er bindet diese drei Knoten. Wann löst sich der erste Knoten? Was haben wir gesagt? Beim Moodoo. Da merkt man, subhanallah, der Gang zum Moodoo ist das Allerschwerste. Der Gang zum Moodoo ist das Allerschwerste. Das heißt, der Knoten löst sich, wann? Beim Gedenken Allahs. Beim Gedenken Allahs. Ich war schon beim zweiten Punkt. Paraglaufikum. Beim Gedenken Allahs. Was haben wir gesagt? Wie gedenken wir Allahs? Wir haben doch gesagt, Alhamdulillahi alladhi ahiyana, ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Wir Muslime gehen nicht eher schlafen, bis wir Allah als letztes gedacht haben. Und wir Muslime, wenn wir aufstehen, das Erste, was wir tun, Allahs zu gedenken. Subhanallah, du siehst manche Leute, die frisch verliebt sind, ist ja nichts Schlimmes, nur nicht in einer Haram-Freundin, sondern in einer Halal-Ehe. Dann siehst du, er erwähnt den Namen seiner Frau 150 Mal am Tag. Er merkt gar nicht, dass du schon längst weggegangen bist. Seit Stunden. Er erzählt weiter und weiter. Warum? Er ist so verliebt. Kein Problem. Man darf verliebt sein. Aber die Liebe zu Allah ist die gewaltigste Liebe. Wer hat dir deine Frau erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala. Daher solltest du Allah, deinen Versorger, nicht vergessen. Oh, Diener Allahs. Der Erste Knoten löst dich bei was? Beim Gedenken Allahs. Und jetzt fängt diese Phase an, subhanallah, jetzt kommt der Gang zum Moodoo. Sehr schwer. Du denkst daran, Wasser aufs Gesicht, dann werde ich wieder wach. Ja, das ist auch der Sinn, dass du wach wirst. Oder kennst du Wasser, was dich müde macht? Dieses Wasser erfrischt dich natürlich. Das sorgt dafür, dass der zweite Knoten gelöst wird. Jetzt überlege mal, wenn du frisch aufwachst, wie du dich fühlst, dann gedenkst du Allahs, du machst den Moodoo und wenn du anschließend das Gebet verrichtest, dann sagst du, subhanallah, ich bin ja gar nicht mehr müde. Und das ist der Hadith. Wallahi, wir erleben diesen Hadith jeden Tag. Es ist sehr merkwürdig, dass wenn du dabei bist, aufzustehen, du einen ganz anderen Gemütszustand hast, als wenn du das Gebet schon hinter dir gebracht hast. Ein ganz anderer Gemütszustand. Warum? Wegen diesem Hadith vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Dann wollen wir die letzten Hadith in diesem Kapitel studieren, liebe Geschwister. Und zwar ist die Zibali von bei Abu Dawud und Shaykh al-Albani rahimullah ta'ala hat sie als Sahih klassifiziert von Abu Hurayraqa Hadith gehörst. Hast du schon ein Dua von Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Allah soll zu dem Mann barmherzig sein. Oder Allah erbarme sich dem Mann, der in der Nacht aufsteht und betet und seine Frau weckt. Seine Frau aufweckt. Wenn sie es verweigert aufzustehen, das heißt sie steht nicht auf, dann sprüht er das heißt er sprüht ein paar Spritzer ins Gesicht. Habibi, kein Eimer Wasser. Weil damit kannst du ihr schaden. Stell dir vor, sie verschluckt sich durch das Wasser und stirbt. Ich weiß, manche Männer hätten nichts dagegen. Aber das ist nicht das, was hier mit der Sunna gemeint ist, sondern manche Gelehrte sagen, schau mal, man befeuchtet seine Hand und streicht über das Gesicht der Frau. Und streicht über das Gesicht der Frau. Um auch die Spuren vom Schlaf wegzumachen. Denn das war auch eine Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wenn er aufgestanden ist, diese Überlieferungen haben wir jetzt nicht hier reingenommen in diesem Kapitel, dann hat er sich den Schlaf aus dem Gesicht gewischt. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und hat die letzten zehn Ayat von Surat Ali Imran rezitiert. Aleyhi salatu wa sallam. Aber was haben wir hier, liebe Geschwister? Man befeuchtet die Hand mit Wasser und so langsam, lieb, barmherzig, streicht man über das Gesicht seiner Frau. Und Allah erbarme sich einer Frau, die in der Nacht aufsteht und betet und ihren Ehemann weckt. Wenn er es verweigert aufzustehen, so sprüht sie ein paar Spritzer in sein Gesicht herein. Das ist Liebe im Islam. Dass man sich gegenseitig hilft, Allah zu gehorchen. Und wenn wir ehrlich sind und über die Realität sprechen, es kann sein, dass ein Mann Probleme damit hat, aufzustehen. Vielleicht hat er eine anstrengende Arbeit. Er arbeitet zum Beispiel 15 Stunden auf der Baustelle. Oder er hat eine Plantage oder sonstiges. Und die Frau selber, sie hat auch natürlich eine harte Arbeit. Vielleicht hat sie 10 Kinder, die sie versorgen muss. Dann ist das natürlich, dass man es etwas schwer hat, aufzustehen. Und hier kommt die Barmherzigkeit der Ehepartner zueinander, dass sie sich im Guten unterstützen, helfen. Das ist falsch, dass man denjenigen schlafen lässt. Es gibt subhanallah Männer, mashaAllah, tabarakallah, der steht nur wenig, er schläft nur sehr wenig. Dann steht er in der Nacht auf, der liest Surat Al-Baqarah bis zum Fajr durch und weint und macht Afkar und alles drumherum. Seine Familie schläft, seine Kinder, seine sechs Kinder schlafen. Was hast du jetzt hier geschafft? Allah Azzawajal sagt, O ihr, die ihr glaubt, schützt euch und eure Familien vor einem heißen Volk. Du sollst nicht deine Familie vergessen. Das gehört zur Familienbindung, zur Liebe, zur Gehorsamkeit gegenüber Allah. Wenn ein Mann sagt, ich liebe meine Kinder für Allah, wie kann ich sie für Allah lieben? Indem du sie nach dem Islam erziehst. Das ist Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch, dass du deine Frau zum Guten führst und du Frau, auch, dass du deinen Mann wächst, wenn du siehst, er hat Probleme, damit aufzustehen. Und die Gelehrten sagen, man soll das mit Barmherzigkeit machen. Man soll hier nicht grob und schroff sein, so, dass man den anderen beim Schlaf erschreckt. Denn es gibt Frauen, sterf, sterf! Und sie schreit ihren Mann an und dann sagt sie ihm, ich wusste, du bist ein Heuchler, weil das schwerste Gebet für die Heuchler ist das Fajr-Gebet. Wie lange wird er diese Frau behalten? Nicht lange. Deswegen, liebe Geschwister, es ist eine Barmherzigkeit. Aber wir vergessen es nicht, das sage ich auch gleichzeitig. Wir kümmern uns um Barmherzigkeit, mit Barmherzigkeit um unsere Familienmitglieder. Aber gleichzeitig sage ich auch, dass wir sie nicht vernachlässigen. Dass wir der Frau klar machen, das geht nicht, dass du nicht das Fajr-Gebet betest oder es verspätet betest und dass die Frau dem Mann auch auf gute Art und Weise klar macht, dass das nicht geht, dass er das Fajr-Gebet verschlägt. Und Subhanallah, die Gelehrten haben einen wunderschönen Vorzug bei dieser Überlieferung. Sie haben gesagt, wenn man auch jemanden zum Guten zwingt, so ist das ein Beweis in unserer Religion. Weil die Person hat geschlafen. Normalerweise hätte die Person weiterschlafen wollen, aber du hast ihn mehr oder weniger gezwungen, dazu aufzustehen und dadurch wirst du auch den Lohn bekommen. Und er hat dann auch seine Sache gemacht. Möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala uns ermöglichen, dieses wunderschöne Kapitel weiterzuführen. Das nächste Mal, liebe Schwester, fangen wir mit einem neuen Kapitel an. Und Inshallah Ta'ala versuche ich wirklich die Hadithe langsam vorzutragen. Ich will sie nicht runterrattern, weil ich weiß, dass sonst viel verloren geht. Ich hoffe, die Schnelligkeit war in Ordnung gewesen, beziehungsweise, dass wir es etwas langsamer gemacht haben, war in Ordnung gewesen. Jazakum la khairan wa barak laufikum. Dann schließen wir jetzt Inshallah Ta'ala den Livestream und kommen sofort zu euch zurück mit Frage und Antwort.